Musik Lass uns drehen reiten Lass uns drehen reiten Lass uns drehen reiten Ja, lass uns drehen reiten Kein Aufschicht Kein Aufschicht Kein Aufschicht mehr Auch wenn das Gefühl von heute Morgen Kein Aufschicht mehr Kein Aufschicht mehr Auch wenn das Gefühl von heute Morgen Lass uns drehen reiten Lass uns drehen reiten Lass uns drehen reiten Ja, lass uns drehen reiten Lass uns Wellen reißen, Lass uns Wellen reißen, Lass uns Wellen reißen, Genial, Lass uns Wellen reißen. So ihr Lieben, das Wochenende ist rum, schön dass ihr da seid, willkommen bei Domjan, willkommen beim 1Live Talk Radio Montagnacht, freie Themennacht. Wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, so wie ihr das kennt, wenn ihr gerne mit mir streiten wollt, euch beraten wollt, mit mir diskutieren wollt, dann meldet euch ganz einfach unter der bekannten Telefonnummer 0800 220 50 50 oder faxt unter 0800 220 50 51 oder mailt unter 1LiveDomjan, unter domjan.at.wdr.de. Erste Anruferin heute Nacht ist die Stefanie, Stefanie ist 33, hallo, guten Morgen. Guten Morgen, hallo. Hallo Stefanie. Dein Thema, um was geht es? Mein Thema, mein Gott, ich habe eine Beziehung mit dem Mann einer Freundin. Du hast eine Beziehung mit dem Mann deiner Freundin? Ja. Einer Freundin? Meiner Freundin, ja. Der besten Freundin? Nicht der besten. Aber eine gute Freundin? Ja. Mit dem Mann von ihr? Mhm. Wie lange schon? Seit vier Monaten. Ja. Mhm. Wie lange kennst du die Freundin schon? Zweieinhalb Jahre und ihn kenne ich genauso lang. Ja. Wie kam es denn jetzt vor viereinhalb Monaten dazu? Wir haben uns getroffen. Er erzählte mir, dass er seit zwei Jahren in mich verliebt ist. Mein Gott, wenn er das hört, weiß er genau, wovon ich rede. Ach, ihr habt euch also getroffen und da hat er sofort die Karten auf den Tisch gelegt? Ja. Ihr habt euch einfach mal so getroffen oder hat er das initiiert? Nein, nein, das war blanker Zufall. Und dann hat er sofort gesagt, Stefanie, ich bin seit zweieinhalb Jahren verliebt in dich? Ja. Krass, ne? Ja. Extrem krass, ja. Warst du denn auch verliebt in ihn? Nein. Überhaupt nicht? Damals nicht, nein. Das hat dich also in dem ersten Moment dann auch völlig überrascht und geschockt vielleicht sogar? Das hat mich geschockt. Ich wusste überhaupt nicht mehr, was ich machen soll. Was sagt man denn darauf dann? Man entzieht sich, man geht weg, man probiert das loszuwerden und das klappt nicht. Was hast du denn in dem ersten Moment ihm geantwortet, als er das gesagt hat? Dass das Quatsch ist, dass das Schwachsinn ist, dass das nicht so ist. Mein Gott, was sagt man da? Man könnte zum Beispiel sagen, ja schön und gut, ich bin in dich aber nicht verliebt, könnte man sagen. Richtig, das habe ich aber wohl nicht gesagt. Also du hast gesagt, das ist Quatsch, das kann nicht sein. Ja. Weil nicht sein kann, was nicht sein darf, was nicht sein kann. Oder umgekehrt. Genau. So, aber dann ist es irgendwie vorangegangen zwischen euch beiden. Mhm. Wie kam das dann? Er stand eines Tages wieder vor meiner Tür. Mhm. Das war der Fehler an der Sache. Und da bist du schwach geworden? Ja. Und inzwischen ist es so, ich liebe ihn eigentlich genauso wie er mich und... Ich habe auch kein schlechtes Gewissen mehr. Hast du nicht mehr deiner Freundin gegenüber? Nein. Warum nicht? Ich weiß es nicht. Ich hatte am Anfang so ein riesengroßes, schlechtes Gewissen. Ich konnte es gar nicht... Ich konnte ihr gar nicht mehr in die Augen schauen. Es war einfach Wahnsinn. Und jetzt ist es einfach weg. Ich hasse sie eigentlich. Geht alles sehr schnell, ne? Das Ganze läuft ja erst für knapp vier Monate. Ja, aber ich weiß. Ja, aber ich weiß. Ich weiß es. Was sagt er denn? Kommt da der tolle Spruch, ich liebe euch beide? Nein. Da kommt der tolle Spruch, da kommt der super tolle Spruch, ich kann nicht ohne dich leben, aber ich habe ein Kind und kann mich nicht von ihr trennen. Ach so, er schiebt das Kind vor. Mhm. Sagt er auch etwas über seine Gefühle zu seiner Frau, zu deiner Freundin? Nein, das merke ich eigentlich nur, wenn ich sie sehe. Ich merke diese Gefühle, das ist Verachtung, das ist null Liebe. Null, es ist tot, die Ehe ist letztendlich kaputt. So sehe ich das, ja. Spricht denn deine Freundin, ich meine noch, seid ihr offizieller Freundin oder wittert sie irgendwas? Nein, sie spricht schon noch mit mir. Das heißt, was für eine Situation. Das heißt, sie spricht mit dir über ihre Ehe, nichts ahnend, dass du die Geliebte ihres Mannes bist. Ja. Und dabei hast du auch kein schlechtes Gewissen? Doch. Doch, da musst du auch eins bei haben. Das finde ich schon. Das habe ich auch. Du kannst dich ja gar nicht neutral, du kannst dich ja überhaupt nicht verhalten. Ich bin nicht neutral. Nein, natürlich kannst du dich neutral verhalten. Was rätst du ihr denn? Dann rätst du ihr ab von dem Mann oder rätst du ihr irgendwie... Nein, nein, sie hat keine Ahnung. Sie ist jemand, der absolut von sich überzeugt ist. Sie ist eine tolle Frau, sie ist eine Wahnsinnsfrau. Ja. Und sie ist absolut von sich überzeugt und sie würde mich niemals als Konkurrent sehen, niemals. Aber sie könnte dich ja im Rat fragen, was soll ich tun? Hier, Stefanie, was soll ich machen? Was würdest du an meiner Stelle tun? Fragt sie sowas? Nein. Das auch nicht. Sie würde nie auf die Idee kommen, dass ihr Mann eine andere Frau begehrt. Sie ist eine wahnsinnig tolle Frau. Aber sie formuliert doch dir gegenüber eine Unzufriedenheit in der Ehe. So habe ich das gerade verstanden oder tut sie das auch nicht? Sie ist schlecht gelaunt, sie ist manchmal schlecht drauf, sie ist oft schlecht drauf und sie ist unglücklich. Ach so, sie erzählt dir nicht. Pass mal auf, Stefanie, da läuft es nicht richtig zwischen mir und ihm. Nein. Das nicht. Also ist das auch nicht so eine tolle Freundschaft, was ihr da habt. Normalerweise erzählt man sich das doch. Nein, mein Gott, sie ist nach außen hin perfekt. Sie ist wirklich perfekt, viel perfekter wie ich. So, jetzt geht es aber eigentlich nicht um sie, sondern es geht um dich. Richtig. Es geht um dich, wie du dich jetzt weiter verhalten sollst. Ich möchte einen Tipp, ich kann nämlich so nicht mehr leben. Du liebst diesen Mann wirklich? Mit Haut und Haaren und ist eine große Liebe entstanden? Ja, tut mir leid. Ich weiß nicht, dass das ein Fehler ist. Nein, ich frage ja erstmal, ich will es ja erstmal neutral wissen. Es ist keine Liebelei, es ist keine Sexgeschichte nur. Du liebst diesen Mann. Ja, ich habe probiert, mich von diesem Mann zu trennen. Ja. Das ging ungefähr zwei Wochen gut. Danach ging das nicht mehr gut. Normal sehen wir uns jeden Tag. Ja. Und ich habe es zwei Wochen vermieden, ihn zu sehen. Und ich habe alles getan, um dieser Beziehung aus dem Weg zu gehen. Aber es ging halt nur zwei Wochen gut. Und danach sahen wir uns wieder. Und jetzt bin ich genau da, wo ich war. Gibt es denn eigentlich auch diese prekäre Situation, dass ihr euch zu dritt auch trefft noch? Das auch noch? Ja. Wie schrecklich. Das ist der Hammer, oder? Ja, das glaube ich. Das glaube ich wirklich. Weißt du, wie das ist, wenn sie ihn anfasst und ich sehe das? Das ist die Herde. Das glaube ich. Ich hoffe, dass jetzt hier niemand zuhört, der mich kennt. Oh Gott. Naja, das weiß man nie. Das weiß man nie. So, aber zurück zum Stück. Nämlich, wie du dich verhalten sollst und wie die Perspektive ist. Du liebst diesen Mann. Der Mann sagt, dass er dich auch liebt. Das sagt er viel öfter wie ich, ja. Und glaubst du ihm das auch? Ich weiß nicht. Wenn ich ihm das glauben würde, ging es mir, glaube ich, besser. Ich weiß es nicht. Ja, glauben allein reicht ja nicht. Er verhält sich ja nicht konsequent. Nein. Er ist in einer Ehe, die offensichtlich völlig zerstört ist. Und er sagt, er schiebt nur das Kind vor und sagt, deshalb will ich da bleiben. Das geht auf Dauer natürlich nicht. So wie du mir vorkommst, hältst du das eh nicht lange aus. Nee, ich halte es auch nicht lange aus. Nee, das heißt, du musst es jetzt auf die Spitze treiben. Auf die Spitze treiben heißt, dass du ihn wirklich massiv vor die Alternative stellst. Entweder du veränderst was in deinem Leben und gehst zu der Frau, die du liebst. Oder ich kann nicht mehr und ich gehe. Das ist ganz einfach gesagt. Weißt du, ich weiß, ich weiß. Das ist so einfach gesagt. Ich habe das ja probiert. Ich bin ja auch nicht dumm. Ich bin 33 Jahre und bin dumm. Und ich weiß genau, wie es funktioniert. Aber das ist einfach gesagt. Und das Leben ist ganz anders. Dieser Mann ist jeden Tag vor mir. Jeden bescheuerten Tag. Ich weiß, dass das einfach gesagt ist. Aber manche Dinge sind einfach gesagt. Manche Wahrheiten sind einfach gesagt, aber unglaublich schwer getan. Ich musste mein ganzes Leben ändern, um ihm nicht mehr zu begegnen. Mein ganzes Leben. Das heißt, ihr arbeitet zusammen auch? Nein, aber wir sehen uns jeden Tag. Zwangsläufig? Ja. Ich möchte es nicht weiter nachhaken, um dich nicht noch erkennbar zu machen. Wir sehen uns zwangsläufig jeden Tag. Und das ist der Hammer. Das geht nicht. Ich müsste hier wegziehen, um da rauszukommen. Gut. Das verkompliziert das Ganze natürlich noch mehr. Aber es gibt dazu keine Alternative. Es gibt dazu keine Alternative, Stefanie. Als das einzufordern, was du eigentlich möchtest. Und auch das andere anzudrohen. Selbst wenn das Angedrohte sehr schwer ist, umzusetzen. Was willst du machen? Du willst dich ja offensichtlich nicht mehr in die Rolle der Dritten einfügen. Kann ich nicht. Und die Loyalität der Freundin ist auch kaputt, ist auch weg? Das heißt, es ist dir egal? Die ist weg, es tut mir leid. Weißt du, ich war gerade sehr krank. Ich habe gerade Dummheiten gemacht und ich habe gerade probiert, Dummheiten zu tun einfach. Was heißt das? Gar nicht. Ich kann das jetzt nicht genauer erklären. Ich hoffe nicht, dass du dir versucht hast, das Leben zu nehmen. Ich hoffe wirklich, dass hier niemand zuhört, der mich kennt. Doch. Wegen dieser Geschichte? Nicht nur deswegen. Es war ja einfach der Tropfen, der es fast zum Überlaufen gebracht hat. Und ich habe aber eine sehr gute Psychologin, die mir wirklich, die hat mir einfach gesagt, pass auf, so und so weiter, so geht es nur und jetzt musst du überlegen, was du willst. Du kannst eh nur rübergehen, wenn du alles abgeschlossen hast und dieses Abschließen, alles, das ist zu anstrengend. Stefanie, forder von ihm, wenn auch nicht den ganz ersten radikalen Schritt, gänzlich zu dir zu gehen, forder von ihm, dass er seiner Frau von eurem Verhältnis erzählt. Ich garantiere, dass dann dieses auch schon eine Eigendynamik bekommen wird. Vielleicht hilft ihm das dann auch, eher wegzukommen von ihr, wenn er alleine schon den Hintern nicht hochkriegt. Das sind die beiden Richtungen, die ich sagen kann. Ich weiß, es ist leicht gesagt, aber ich sehe gar keine andere Möglichkeit. Wenn du nicht einfach so gehen willst und ihn fallen lassen möchtest, das möchtest du ja nicht. Du möchtest ihn ja haben. Ja. Ja. Ich muss dir ehrlich sagen, ich glaube ihm. Eigentlich glaube ich ihm jedes Wort, was er sagt. Eigentlich. Aber eigentlich hat mich das Leben gelehrt, dass man, es tut mir sehr leid, zu besaugen, Mann, dass man Männern nicht glauben sollte. Vielen Männern nicht, das stimmt. Tut mir leid, aber es ist so. Ich bin, wie gesagt, 33 und das Leben ist der Hammer manchmal. Du hast mir gerade gesagt, dass du privat in guter psychologischer Betreuung bist. Ja. Das heißt, da bist du versorgt. Ich bin absolut gut versorgt, ja. Ich bin froh, dass ich diese Frau habe. Ja. Ich habe dir jetzt, was diese Problematik anbelangt, dir meine Meinung gesagt, die nicht leicht umzusetzen ist. Das ist mir völlig klar. Ich möchte aber auch noch eine andere Meinung dazu ziehen. Nämlich die von meiner Psychologe, die hier im Hintergrund sitzt. Mhm. Das heißt, ich würde gerne, dass du mit ihr jetzt auch noch weitersprichst. Mhm. Das Verfahren ist so, du legst auf und Claudia, so heißt die Psychologin, ruft dich an. Ja. Bärst du anverstanden? Ja. Dann wünsche ich dir richtig Kraft für den Schritt, den du jetzt tun musst. Irgendwas musst du tun. Mhm. Alles Gute von Herzen, Stefanie. Okay, danke. Auf Wiederhören. Tschüss. 0800 220 50 50, meine Telefonnummer hier kostenfrei für euch, für all eure Themen, die euch interessieren, über die ihr gerne mit mir euch hier unterhalten wollt und diskutieren wollt. Daniel, 24 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo, Domian. Hallo, Daniel. Um was geht's? Meine Mutter hat heute einen Suizidversuch begangen. Wie geht es ihr im Moment? Sie liegt also auf der Intensivstation. Ja, was hat sie genau gemacht? Sie wissen es nicht, also es könnte ein Antidepressiva sein, aber die höchstwahrscheinlichkeit, dass sie sich halt Insulin gespritzt hat, weil der Blutzuckerwert nur noch auf sieben war wohl. Ja. Und das ganz Schlimme ist, sie wissen nicht, wann. Es hätte in der Früh sein können, es hätte mittags sein können. Ich bin rein zufällig aufgrund meiner Frau, also meine Mutter hat Depressionen, ich darf zu sagen. Schon seit langem. Ja. Und deswegen macht man sich halt eh immer Sorgen. Ja. Meine Mutter wollte sich heute bei mir melden. Hat es da nicht getan, deswegen habe ich halt vier, fünfmal angerufen und da ist keiner drangegangen. Lebt sie alleine? Ja. Ja. Also meine Eltern sind geschieden. Ja. Und dann hat meine Freundin gesagt, ja komm, fahr doch mal vorbei und dann guck mal, wie viel geht, dann kannst du auch in Ruhe schlafen. Weil du schon ein bisschen was geahnt hast oder weil dir das Ganze nicht so ganz geheuer war? Das lässt sich so schwer sagen. Ich habe heute Mittag so eben gesagt, ja nicht, dass sie sich was angetan hat oder so. Weil ich weiß nicht, das war irgendwie so blöde alles gelaufen. Ich weiß nicht warum, ich weiß nicht, das war einfach so. Gut, dann bist du hingefahren. Ja, natürlich. Und wie hast du sie dann vorgefunden? Also im ersten Moment sah es einfach aus, als würde sie schlafen. Und ich habe mich natürlich gewundert, weil sie nicht ans Telefon gegangen ist und dann hat sie geschlafen und hat komisch geschnarcht. Ich habe halt noch nicht festgestellt, dass da irgendwelche Flüssigkeit im Rachen war, habe ich noch gar nicht registriert. Ich habe sie ja zweimal versucht zu entwecken, hat dann nicht geklappt. Und dann bin ich halt in die Küche gegangen, um mir ein Zettel zu schreiben, dass sie da war. Und dann lag da halt ein Abschiedsbrief. Und bin natürlich sofort rüber, dann Telefon gegriffen, stabile Seitenlage, Note hat es angerufen. Und dann hat die Note auch gesagt, normalerweise ist es so, wenn man dann halt Glucose spritzen würde, dass die Patienten in der Regel innerhalb der nächsten Sekunden schon wieder ansprechbar wären. Und seit 8 Uhr haben wir das halt gemacht. Und jetzt ist halt eine Intensivstation, hat Krämpfe und nicht alle. Ist sie denn jetzt bei Bewusstsein? Nein, gar nicht. Gar nicht? Warum nicht? Das heißt, man weiß nicht, wann das gespritzt wurde und man weiß nicht, wie hoch die Menge war. Überhaupt nicht. Sie ist jetzt im Koma, kann man sagen. Ja, doch. Sie arbeitet halt selbstständig wohl. Ist halt nicht ansprechbar, also wirklich total abwesend. Und das Problem ist auch, dass die Ärzte halt gesagt haben, sie haben halt wirklich nicht viel Hoffnung gemacht irgendwo. Also auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite, die haben nichts Halbes, nichts Ganzes gesagt. Das ist also so ein Wahnsinn irgendwo. Das heißt, du bist jetzt nach Hause gegangen, vorhin irgendwann, und weißt gar nicht richtig, man hat ja keine vernünftige Prognose gesagt. Gar nichts. Gar nichts. Sie hat also eine Körpertemperatur gehabt bei der Einrichtung von 35,2. Die Gefahr ist halt, dass sie eine Lungenentzündung holt und dass da die Lebensgefahr herkommt. Diese Insulinspritzerei, wie kommt das, dass sie das getan hat? Ist sie medizinisch ein bisschen bewandert, wie man das dosiert? Sie hat Diabetes. Und daher weiß sie, dass wenn man das überdosiert, dass es dann in der Regel tödlich endet? Ich gehe davon aus, aber wie gesagt, die genauen Hintergründe, ich weiß, ich weiß, dass ich die Depressionen hatte immer. Ist sie denn in der letzten Zeit, in den letzten Jahren in Behandlung gewesen, bei einem Psychiater oder Psychologen? Auch da hat sie halt nichts Halbes, sie hat sie halt von dem Arzt noch was verschreiben lassen, hat das dann nicht durchgezogen. Also keine stete Therapie, keine klare Betreuung und so weiter. Sie hat mich immer wieder gefragt und gesagt, such den Therapeuten, mit dem du das dann durchziehst, dem du vertraust. Und das hat sie jetzt auch gemacht, aber das sind solche Sachen, wie sie hat Medikamente gekriegt, die sie am Tag einnehmen sollte. Und hat die nachts genommen und sich dann beschwertet, dass sie nicht nachts nicht schlafen kann. Ich verstehe das nicht. Wie alt ist deine Mutter? Sie ist jetzt 53, also 51 geboren. Was stand in dem Abschiedsbrief drin? Also das Problem war, ich habe wirklich nur die ersten drei Zahlen gelesen. Da stand, bitte sag nicht böse, ich bin mit meiner Lebensangst nicht mehr fertig geworden. Und dem habe ich natürlich registriert, dass sie da drüben um ihr Leben kämpft. Ich bin rübergerannt und den Brief hat der Notarzt mitgenommen. Ach so. Ja. Und den hast du noch gar nicht wieder in die Hände bekommen? Absolut nicht. Nein, der, die auch, das ganze Tier, was gekommen ist, der Notarzt, die war so unfreundlich und ich weiß nicht, so. Das ist ja irgendwie ein Hammer. Der Notarzt nimmt den Abschiedsbrief mit und händigt ihn gar nicht später dir aus? Der liegt jetzt in irgendwelchen Akten? Ich weiß nicht, der, 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 das Einzige, was mir nicht zu stand, gesagt hat und hat mich dann nur angebohlt von wegen, dass hier so zwangsverein gewesen wird, auf jeden Fall. Und ich bin halt, weil er das gesagt hatte, bin ich natürlich davon ausgegangen, dass keine Lebensgefahr besteht. Und dann sind wir, also meine Tante und ich, die ich dann auch angerufen habe, ins Krankenhaus gefahren und wollte mit der Ärztin sprechen. Dann hat die Schwester gesagt, dass die momentan um das Leben kämpfen. Und das war natürlich wie ein Schock. So, natürlich ist in erster Linie wichtig, dass deine Mutter überlebt und dass du eine ordentliche Auskunft morgen bekommst über ihren Zustand. Darüber hinaus würde ich aber heftigst morgen da in dem Krankenhaus, wo sie jetzt liegt, darauf bestehen, dass dieser Brief dir ausgehändigt wird. Das hat nicht der Notarzt mitzunehmen, diesen Brief. Das ist also, das ist reiner Zufall gewesen. Also meine Tante hat früher in dem Krankenhaus gearbeitet, wo auch dieser Arzt ja kommt. Und wir sind in ein anderes Krankenhaus gefahren. Und sie kennt ihn, hat auch gesagt, sie will sich beschweren, weil es war so eine Sache, dass sie, sie war wirklich halbnackt im Endeffekt. Und er hat ihr nicht mal eine Decke drüber getan. Die haben gesagt, ich gebe sie den Deckel mit. Und dann dachte er, nein, ich lasse mir doch nicht sagen, wie ich meine Arbeit zu machen habe und so. Also das finde ich ja ganz, ganz schlimm. Die Situation ist schon grauenhaft genug, wenn man die Mutter da halb sterbend liegen sieht. Und dann auch noch Zickereien mit dem Arzt beispielsweise. Also, ich würde mich ja nachher nicht annehmen, aber so ein bisschen Einführungsvermögen. Ja, gut, aber das ist jetzt alles zweitrangig. Erstrangig ist, wie geht es deiner Mutter, wie wird es ihr morgen gehen und wird sie hoffentlich wieder richtig gesund werden? Das eben weiß ich nicht. Also, du gehst morgen wieder ins Krankenhaus? Ja, natürlich. Ist klar. Da würde ich an deiner Stelle so lange rumsuchen, bis ich einen Vorgesetzten hätte, einen Leitendenarzt, einen Abteilungsleiter oder wen auch immer, der dir da wirklich klar und freundlich Auskunft gibt, das Recht hast du als Sohn. Da würde ich mich nicht abspeisen lassen. Das ist deine Mutter, die lebensbedrohlich erkrankt dort liegt. Das Problem ist, ich wüsste auch gar nicht, je nachdem, was man mir sagt, ich wüsste, momentan, ich bin da irgendwie gar nicht bewusst irgendwie. Das ist so plötzlich, da hat auch keiner mit gerechnet irgendwo. Es wäre vielleicht gar nicht schlecht, wenn du jemanden mitnimmst, weil man ist dann so aufgeregt in der Situation und versteht auch nicht richtig und fragt nicht richtig nach. Es ist eigentlich ganz gut, wenn man zu zweit ist. Ja, wenn man wieder mitkommt. Traurige Sache, Daniel, traurige Sache. Wie lange ist denn deine Mutter schon depressiv, depressionskrank? Das war in den jungen Jahren eigentlich angefangen. Sie hat wohl, wie meine Tante gerade mit 30, schon mal einen Suizidversuch gehabt oder vorher, war auch schon in der Klinik. Und das ist jetzt halt wieder schlimm geworden, wo sie ja Diabetes gekriegt hat vor zwei Jahren. Aber dass es so schlimm ist, da hat keiner gerechnet. Das Dumme ist ja, das ist wirklich ein Zufall. Sie wusste halt, heute wäre ich nicht vorbeigekommen, dass meine Freundin wirklich sagte, fahr vorbei, dann kannst du ruhig schlafen. Naja, manchmal gibt es solche Fügungen oder auch solche Gefühle, wenn man so nah einem Menschen dran ist, dass man irgendwie das irgendwie mitkriegt und etwas unternimmt, etwas unternehmen will. Sie ist getrennt, deine Eltern sind getrennt? Nee, geschieden, schon seit 18 Jahren. Und gibt es noch einen Geschwister? Meine Schwester, die ist halt auch, also die hat nicht so einen Kontakt zu meiner Mutter, aber ich habe sie angerufen und ist ja auch sofort ins Krankenhaus gekommen. Ja, also bist du so der nächstvertrauteste von ihr. Ja, natürlich. Also dann morgens ins Krankenhaus gehen, auf deine Rechte bestehen, dich nicht abspeisen lassen, lass dir den Brief aushändigen. Das ist, finde ich, auch sehr wichtig, um zu wissen, wenn sie, was wir alle hoffen, dass sie durchkommt, wie man ihr vielleicht danach dann besser unter die Arme greifen kann. Denn offensichtlich muss sie wirklich dann in eine Therapie oder vielleicht sogar in eine stationäre Behandlung, das ist ja vielleicht das Allerbeste. Ja, das auf jeden Fall, da sind wir auch der Meinung. Das Problem ist nur, dass das, so wie es aussieht, normalerweise ist ja, wenn man dieses Medikament gespritzt, ist wirklich gleich wieder da. Und das sieht momentan so übel aus, dass ich wirklich nicht weiß. Gut, also wir wissen jetzt beide gar nicht, die medizinischen Einzelheiten. Wollen wir einfach die Daumen drücken und hoffen und wirklich ganz, ganz inständig hoffen, dass sie gut über den Berg kommt heute Nacht. Und dass dann alle weiteren Maßnahmen ab morgen quasi schon eingeleitet werden können. Wünsche dir alles Liebe, deiner Mutter von Herzen alles Gute und lass dich nicht abspeisen von den Ärzten. Alles klar. Alles Gute. Dankeschön. Tschüss Daniel. Ciao. Torsten, 28. Guten Morgen. Ja, schon guten Morgen, Jürgen. Hallo, Torsten. Also ich wollte meiner Familie die schwarze Vergangenheit gestehen, die ich habe. Nochmal, ich sage es in jeden Fall, du wolltest wegen deiner Familie? Ja, ich wollte meiner Familie meine schwarze Vergangenheit gestehen. Deine schwarze Vergangenheit? Ja, und zwar habe ich jetzt immer eine dritte Anzeige gekriegt wegen Sexualitäten. Das wolltest du mir gestehen und deiner Familie? Ich habe das akustisch nicht verstanden gerade. Nee, also ich wollte es meinen Eltern gestehen. Ja. Ich habe mich erstmal, wie soll ich sagen, schwierig zu sagen. Fangen wir mal anders an. Da sind irgendwelche üble Sachen gelaufen, die du gemacht hast. Ja. Was hast du gemacht? Erzähl es mir erstmal. Also die erste Anzeige, die belief sich darauf, weil, dass ich eine ehemalige Klassenkameradin am Telefon sexuell belästigt habe. Wie alt warst du da? Bitte? Wie alt warst du da? Oh, 22 vielleicht. Was hast du da? Du hast einfach eine ehemalige Klassenkameradin, von der du schon länger getrennt warst. Also die, die du länger nicht gesehen hast? Hast du einfach angerufen und hast die belästigt, sexuell am Telefon? Genau. Einfach so, die. Warum gerade die? Weil sie gut aussah. Was hast du da am Telefon gemacht mit dir? Ich habe ihr was vorgestöhnt. Achso. Und dass ich da irgendwo lecken will. Und ob so eine Dinge gesagt. Ja, genau. War ihr da schon klar, dass du das bist oder hat die das hinterher irgendwie per Fangschaltung oder wie rausgekriegt? Ja, genau. Der Fangschaltung hat das zurückverfolgen lassen. Wie oft hast du sie belästigt? Zehnmal vielleicht. Zehnmal. So, das war die erste Anzeige. Die zweite? Ja, bei der zweiten habe ich mich von einer 16-Jährigen entblößt und mir einen runtergeholt. Draußen irgendwo auf der Straße? Ja, an der Bushaltestelle. Ja. Wie alt warst du da? Grob, ich will es nur zeitlich einordnen. Ja, um 25. 25. Jetzt heute bist du 28. Ja. Und es gab noch eine Sache. Ja, das ist jetzt die letzte Anzeige. Das Gerichtsverfahren steht noch aus jetzt. Da habe ich einer jammeligen Arbeitskollegin alles gestanden und ihr auch gesagt, wie geil ich das finde. Was heißt alles gestanden? Das, was du früher gemacht hast? Genau. Das, was du mir gerade erzählt hast? Genau. Ja. Und hast dann aber gleich draufgelegt, dass du sie auch geil findest? Ja. Und dann? Und dann habe ich ihr auch nur gesagt, was ich mir von ihr vorstellen würde, was ich mir von ihr wünsche. Ja. Also hast du sie auch mit Worten sexuell auch sehr belästigt und sie in die Enge getrieben? Ja. Auch mit sehr obszönen Sachen? Würde ich schon sagen. Würde ich schon sagen. Ja. Daraufhin hat die Frau dich angezeigt? Ja. Genau. Bist du auch tatgreiflich geworden? Hast du sie angefasst? Nein, gar nicht. Gar nicht? Ich habe bisher noch nie eine angefasst. Und dieses Verfahren läuft jetzt und steht es bald an, die Gerichtsverhandlung? Ja, richtig. Hast du das gestanden oder hast du es abgestritten? Also ich habe mich bisher noch gar nicht zugeäußert. Ich habe morgen einen Termin beim Anwalt. Deswegen. Aber du bist willens, das zu gestehen? Ja, du wirst dich da nicht irgendwie schönreden wollen? Nein. Nochmal eine Nachfrage zu dem ersten Fall, du hast die ehemalige Klassenkameradin sexuell belästigt, dann hast du dich vor allem Mädchen entblößt und ornaniert, vor allem 16-jährigen Mädchen. Was hast du dafür? Wie bist du da bestraft worden? Beides mit Geldstrafen. Und bei der zweiten Gerichtsverhandlung, da habe ich mir selber alles zur Auflage gemacht, dass ich auch in Therapie gehen würde. Ja, lass mich kurz eben fragen, wie hoch war die Geldstrafe? Ich weiß jetzt auch nicht mehr genau, es war glaube ich ungefähr bei ca. 1000 Euro jeweils. Ja, so und dann hast du bei der zweiten Verhandlung gesagt, ich gehe selbst in Therapie. Ja. Bist du in Therapieger? Ja, ich bin in Therapie und ich habe dem Psychologen auch bisher noch nicht alles erzählt, aber er weiß nur, was man in den ersten beiden Anzeigen. Ja, was gibt es da noch, was er nicht weiß? Ja, die dritte Anzeige weiß er noch nicht. Ach, das weiß er noch gar nicht? Nee. Das läuft ja nun auch schon eine ganze Weile, wahrscheinlich ein paar Wochen, oder? Seit Anfang März. Seit Anfang März. Und du gehst jede Woche zu dem Psychologen? Alle zwei Wochen. Ja, ein bisschen. Jetzt ist das halt auch nicht mehr so häufig. Bisschen wenig, finde ich. Ja. Aber du hättest Gelegenheit gehabt, es ihm zu erzählen, aber du hast es noch nicht erzählt? Genau. So kann man es sagen. So, dann hast du gerade am Anfang, da haben wir uns ein bisschen missverstanden, von deiner Familie gesprochen. Dass du der Familie das auch gestehen möchtest? Ja, weil ich mir dadurch erhoffe, dass ich mir mein Gewissen irgendwie erleichterte. Ja, was heißt denn Familie? Bist du verheiratet? Nein, meine Freundin hat sich durch die letzte Anzeige von mir getrennt. Du lebst also alleine, bist Single? Ja, ich muss jetzt diese Woche ausziehen. Ja. Und mit Familie meinst du deine Eltern oder Geschwister? Nein, meine Eltern und meine Schwester. Ja. Und die wissen von allem nichts, auch von den ersten Geschichten nicht? Also das Einzige, was sie wissen, ist das von der ersten Anzeige. Und die Freundin hat sich jetzt aufgrund der zweiten Geschichte von dir getrennt? Von der dritten. Von der dritten Geschichte, ja. Ja. Und ich habe... Das hast du ihr schon dann ganz offen erzählt? Ja. Hast du, Thorsten, was habe ich gesagt, seit 28 bist du? Hast du für dich so, ich meine, du gehst jetzt ein wenig in eine Therapie. Ich glaube, schon so aus dem Lameng jetzt sagen zu können, dass das viel zu wenig ist, was du da machst. Aber egal, hast du schon für dich so eine leichte Vorstellung, was da mit dir los ist, warum du so Sachen machst? Ich denke mal, das kann man vielleicht aus meiner Vergangenheit irgendwie noch hervorrufen, sage ich immer. Weil damals in der... Ich war irgendwann mal in der Surfschule. Da hat mir einer, wollte mir der Chef von der Schule, mit mir auch an mein bestes Stück fassen. Und das sollte ich bei ihm auch machen. Aber nur von einem Reißverschluss irgendwie so dran fassen irgendwie. Also nicht durch eine offene Hose oder sowas. Aber es ist dann nie etwas Härteres passiert? Nein. Also er wollte mich auch noch zu ihm nach Hause einladen. Wie alt warst du da? Mal 15 ungefähr. Aber es ist dann weiter nichts passiert? Nein. Weil ich es auch nicht zugelassen habe für mich irgendwie. Was machst du vom Beruf? Ich bin jetzt arbeitslos. Ja. Und vorher? Da war ich Gartencenterverkäufer. Im Gartencenter. Ja. So, dritte Anzeige. Ja. Zum dritten Mal ist etwas passiert. Das ist, glaube ich, der absolute Warnschuss gewesen, dass da etwas unternommen werden muss. Dass diese psychologische Betreuung, die du da hast, eigentlich zu wenig ist. Und wenn du sie, wenn du dich schon auf eine psychologische Betreuung einlässt, Thorsten, dann musst du auch wirklich die Hosen runterlassen. Jetzt im wahrsten Sinne des Wortes, diesmal wirklich im symbolischen Sinne. Und die Karten auf den Tisch legen und alles sagen. Ja, das hatte ich. Ich habe ja am Montagern Termin bei ihm. Das will ich ihm dann jetzt auch alles sagen. So. Und dann die Familie. Wie ist denn dein Verhältnis zu deinen Eltern? Ja, das geht so, habe ich manchmal den Eindruck. Weil mein Vater irgendwie, der geht in seiner Arbeit eigentlich vollkommen auf. Und meine Mutter, also ich habe immer den Eindruck, dass sie irgendwie labil ist, irgendwie von der Psyche irgendwie her. Ja. Dennoch ist es dir wichtig, du hast ein schlechtes Gewissen deinen Eltern gegenüber und es wäre dir irgendwie eine Erleichterung, wenn du es ihnen erzählen könntest. Ja, genau. Wie wird dein, wenn du sagst, deine Mutter ist labil, wie schätzt du es ein, wie sie damit umgeht? Das ist ja nun doch schon eine schlimme Sache, wenn der Sohn so Dinge tut. Ich weiß es nicht. Mhm. Muss ich gestehen. Mhm. Es wäre vielleicht, ich meine, es ist sicher sehr, sehr, sehr gut, wenn du sagst, ich möchte die Wahrheit sagen, auch meinen Eltern gegenüber, und es wird mein Gewissen erleichtern. Und vielleicht treibt es dich ja auch noch mehr an, wirklich was zu unternehmen. Ja, deswegen, das war eigentlich auch so mein Gedanke. Ja, und du hast dann, jetzt hast du schon deine Freundin verloren durch, durch den Scheiß, den du da machst? Ja, und meine Arbeit auch jetzt. Ach, das hängt damit auch zusammen? Ja, genau. Ach so, wie? Das war ja eine Arbeitskollegin gewesen und die ist dann zum Chef gegangen und... Aha, also musst du schwere Opfer tragen. Ja, genau. Ja. Wie lange warst du mit deiner Freundin zusammen? Dreieinhalb Jahre. Dreieinhalb, ja. Und sie ist völlig enttäuscht und angeekelt von dir und hat gesagt, ich will nicht mehr, kein Bock. Genau. So, Thorsten, ich glaube, dass das Allerklügste ist, erst mal natürlich jetzt bei der Verhandlung, die ansteht, radikal da auch die Wahrheit zu sagen und da natürlich keine Rumlügerei zu veranstalten. Ja. Und das Zweite ist, hast du denn eigentlich ein gutes Gefühl zu diesem Psychologen oder ist es nicht so dein Typ? Also eigentlich ist es schon mein Typ, nur bisher ging es immer nur das Frage-Antwort-Spiel, den wir, er fragte ihm immer bisher und ich habe ihm einfach nur Antworten immer drauf gegeben. Okay, dann finde ich, ist der nächste Schritt, ihm jetzt auch den reinen Wein einzuschenken, was alles passiert ist und ihn wirklich ganz offen zu bitten, ihm zu sagen, du hast den Eindruck, dass das alles zu wenig ist, was im Moment passiert. Ja. Er soll gemeinsam mit dir etwas Neues überlegen, entweder mit ihm zusammen oder vielleicht sogar, dass du auch eine Weile in eine stationäre Behandlung kommst, dass da was Neues, was wirklich überzeugend Psychologisches eingetötet wird. Ja. Und wenn du das gemacht hast, dann würde ich das so im Paket deinen Eltern erzählen. Ja. Dass die auch sehen, du zeigst Treue und du hast sogar auch schon noch neue Sachen wieder eingeleitet. Ja. Mit all zwei, drei Wochen mal zum Psychologenrennen funktioniert das nicht. Das geht auf keinen Fall. Ja. Da muss man jetzt schon mit strengeren Dingen ran und mit geballteren Dingen ran. Ja. Und dann sag es deinen Eltern. Ja. Und dann hoffe ich sehr, nachdem du hast jetzt wirklich einige Schüsse von dem Bug bekommen, dass daraus jetzt auch eine Konsequenz folgt, dass du was tust, was unternimmst. Ja. Ja? Also such das Gespräch mit deinem Psychologen und überleg gemeinsam, wie man jetzt noch effektiver dir helfen kann. Ja. Ja? Alles Gute, Thorsten. Ja, okay, danke. Auf Wiederhören. Ja, tschüss. Hier ist Julia und Julia ist, wie alt ist Julia? 28, hallo. Hallo. Hallo, Julia. Über was reden wir? Was ist dein Thema? Dass ich keine Freunde habe. Dass du keine Freunde hast? Genau. Überhaupt keine Freunde? Gar niemand. Überhaupt gar niemand. Weder Eltern, noch Verwandte, noch Freunde, gar niemand. Also ein einsamer Mensch. Ganz einsam, ja. Ganz einsam. Wie lebst du so, Julia? Was machst du vom Beruf beispielsweise? Gar nichts. Also ich bin Mami. Du bist Mami? Ja, von einem eineinhalbjährigen Sohn. Aha. Also gab es da dann doch schon auch mal einen Mann irgendwann? Den gibt es leider in Anführungszeichen immer noch. Der eigentlich auch der Grund für das ganze Dilemma. Ja. Aha. Das heißt also früher, wenn man jetzt mal ein paar Jahre zurückspulen, hattest du schon Freunde oder Bekannte um dich herum? Ja, ich war ein kontaktfreudiger Mensch. Ich hatte Freunde ohne Ende, die am Wochenende angerufen haben. Was unternehmst du? Kommst du mit irgendwo hin? So, und jetzt sagst du, dass dieser Mann, der Vater deines Kindes, quasi Schuld daran ist, dass du so vereinsamt bist? Genau. Warum? Erklär mir das. Ja, also ich habe ihn kennengelernt in einer Diskothek durch eine Freundin. Mhm. Wir kamen dann zusammen und ja, am Anfang, klar, ist man verliebt. Und, ähm, vernachlässigt Freunde, die das auch schon stattdessen haben. Und, ähm, ja, irgendwann kam der Punkt, wo er gesagt hat, er möchte das nicht mehr, was ich akzeptiert habe, leider. Was möchte er nicht mehr? Dass ich meine Freunde trage. Achso, er hat das quasi richtig, äh, gefordert. Ja, er hat mich vor die Wahl gestellt, entweder meine Freunde oder ich. Was ist mit dem los? Warum ist er so drauf gewesen? Ich weiß es nicht. War er eifersüchtig? Ich denke teilweise, ja. Aber es ging ja auch um Frauen, um Freundinnen und um ganz normale... Es ging nicht nur um Männer. Also ich hatte männliche Bekannte, ich war eine Zeit lang Solo, ich hatte männliche Bekannte, wie auch weibliche. Mit denen männliche, das habe ich teilweise noch verstanden, weil er der Meinung war, es gibt keine Freundschaft zwischen Mann und Frau. Ja, was völliger Unsinn ist, immer nebenbei gesagt, aber egal. Genau, und, ähm, ja, also mein bester Freund zum Beispiel war ein Mann. Ja. Und, ähm, ich habe mich dann zurückgezogen, aber auch, wird dann auch von der weiblichen eben für den Mann. Und jetzt stehe ich mittlerweile alleine. Das heißt, du hast dich dem Diktat dieses Mannes unterworfen. Der hat gesagt, äh, ich will dich alleine als meine Frau, als meine, als meine Freundin haben und da darf niemand sonst sein. Genau. Es darf kein, kein, du darfst nie mal mit jemandem ausgehen, mal niemanden einladen und so weiter, gar nichts. Nein, also das, was für mich früher selbstverständlich war, mit einer Freundin mal, äh, sich irgendwo treffen und einfach nur mal reden oder so, gar nichts. Wo ist der Mann, wo ist der Mann jetzt? Er lebt bei Mama. Das ist ja noch der Punkt. Seid ihr noch zusammen oder seid ihr getrennt? Wir sind leider noch zusammen, weil ich nicht den Mut habe, mich von ihm zu trennen. Ihr seid eigentlich zusammen, er lebt aber bei der Mama. Genau. Er hat, er ist der Vater deines Kindes. Er kommt dreimal die Woche. Ja. Und dann guckt man DVD, also unser Leben spielt sich auf der Couch ab. Ja. Gibt es noch Sex zwischen euch beiden? Ja, teilweise. Wenn er es also fordert. Ja, also ich versuche das, äh, ich habe jetzt schon sechs Wochen lange Blutungen vorgeschoben und, und Kopfschmerzen und weiß ich nicht. Im Klartext, du hast da überhaupt keine Lust drauf? Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Gar nicht. Jetzt, wo er, habt ihr denn mal zusammen gewohnt, auch mal? Haben wir, ja. Ja. Bis es zum großen Krach kam, dann ging er zu Mami. Und jetzt, nachdem er bei der Mama wohnt, verbietet er dir immer noch, dass du mit Freunden wieder Kontakt aufnimmst? Ja. Also er kontrolliert mein Handy. Er hat auch mein Handy. Also er hat den Vertrag gemacht. Mein alter Vertrag wurde gekündigt. Er hat den Vertrag für mein Handy gemacht. Ich darf keinen Festnetzanschluss haben. Also er kontrolliert mich auf Schritt und Tritt. So, Julia, jetzt stellt sich natürlich sofort die Frage, äh, warum lässt du dir das? Der gewöhnliche Gesprächspartner ist vorübergehend nicht zu erreichen. Na prima. Na toll. The person you've called is temporarily not available. Jetzt nehmen wir das mal weg hier und wir versuchen aus der Retrie, die Julia nochmal anzurufen. Ähm, dann machen wir erstmal weiter mit, äh, Kiki, bis wir hoffentlich Julia wieder haben. Das ist jetzt sehr ärgerlich. Sehr schade. Kiki. Wer ist denn Kiki? Hallo? Ich bin Kiki. Du, ach, du bist Kiki. Ja. So, ein, ein Mädel. Ja. Kiki, was, für was steht denn Kiki? Ja, das kann ich jetzt nicht sagen. Ach so, ach so, es ist, ist, ist okay, ist okay. Ein sogenannter Nickname. Genau. Ja. Über was unterhalten wir uns, Niki? Äh, Kiki, nicht Niki. Über die Zeugen Jehovas. Über die Zeugen Jehovas. Oweia, sage ich mal so. Ja. Oweia. Bist du Mitglied? Ich bin nicht getauft, aber... Voll dabei. Das heißt, du bist durch die Familie reingekommen? Nein. Ich bin da von mir aus reingekommen. Ach. Wie kommt, seit wann, wie lange jetzt schon? Zwei Jahre. Ja. Ungefähr. Wie kommt das? Also, ja, ich bin psychisch krank, habe Borderline-Persönlichkeitsstörung und habe Halt gesucht irgendwo. Ja. Und habe den bei den Zeugen gefunden. Ja. Die haben dich irgendwo angesprochen? Auf der Straße. Auf der Straße, so ganz normal, wie man das so kennt. Die stehen ja mit ihren, mit den Heftchen oft draußen. Genau. Und so kam der erste Kontakt zustande zwischen... Haben die dich angesprochen oder du sie? Nein, sie mich. Die haben dich angesprochen. Ja. Daraufhin habe ich dann bei dem Königreichssaal angerufen in dem Ort. Bei was? Beim Königreichssaal? Königreichssaal, ja. Was ist das? Das ist der Saal, wo die sich immer versammeln. Ach so. Ach so. Und gefragt, wann die Versammlungen so sind. Und seitdem bin ich da drin. Fühlst du dich doch gut? Bisher ja. Ja. Nur jetzt habe ich, wie ihr Kollege sagte, eine kleine Affäre. Mhm. Und was für der Kollege sagte das? Ja. Der hätte das wahrscheinlich dann so übernommen und dir in den Mund gelegt. Also es ist eine kleine Affäre. Das heißt, du hast einen Typ irgendwie. Ja. Und da vorehelicher Geschlechtsverkehr bei den Zeugen ja total verpönt ist, weiß ich nur nicht so recht, was ich machen soll. Hast du ein Problem? Ja. Du hast gesagt, dich zieht es hin zu den Zeugen Jehovas, weil da so eine Gemeinschaft ist. Mhm. Nun kann man ja spontan gleich sagen, es gibt ganz viele andere, auch religiöse Gemeinschaften, auch die großen Kirchen, wo man auch eine Gemeinschaft hat und einen Halt findet. Oder war es jetzt wirklich einfach der Zufall, der dich da hingetrieben hat? Kann man das so sagen? Das kann man so sagen, ja. Aber die haben mich schon so weiht, dass ich schon mein Jehova sieht, was ich tue und wird mich dafür bestrafen. Mhm. Das klingt mir aber ganz so, dass ja doch schon etwas Kritik mitschwingt und dass das alles nicht eitel Sonnenschein ist für dich da. Nee, ist es auch nicht. Mhm. Ich habe mich von meinem Freund damals getrennt wegen den Zeugen. Mhm. Ich habe das Rauchen aufgegeben, was nicht das Schlechteste ist. Das ist natürlich ein guter Zug, ja. 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 Ja, und sonst noch so Dinge. Was sonst noch? Ich hatte mich zwischendurch mal in eine Frau verliebt. Ja. Das musste ich ganz schnell wieder fallen lassen, weil das ist noch verbühnter. Das ist des Teufels? Ja. 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 Was machst du vom Beruf? Gar nichts. Ich bin krank. Du bist also so erkrankt, dass du nicht arbeiten kannst? Ja. Mhm. Ich habe mal MTA gelernt. Ja. Du hast dich jetzt verliebt, ich gehe mal davon aus, du hast dich verliebt nicht in einen Zeugen Jehovas. Nee. Sondern in irgendeinen anderen Menschen. Ja. Mann diesmal. Ja. Mhm. Hast du denen das gesagt schon? Ja, das habe ich ihnen gesagt. Und wie haben die darauf reagiert? Dass ich das auf keinen Fall tun soll. und ja, sie waren erschrocken. Was haben sie gesagt? Sie haben gesagt, du sollst dich auf keinen Fall weiter mit dem abgeben, mit diesem Mann? Nee, das soll ich nicht. Was sollst du machen? Du sollst warten, bis irgendeiner aus der Gemeinde dann vielleicht mit dir und dann heiraten? Oder wie ist das? Genau so ungefähr, ja. Da haben die gesagt, nee, mach das nicht. Und haben das begründet, wie? Mit, was weiß ich, für Bibelstellen. Ich weiß, das kann ich jetzt nicht sagen, aber... Ja, die haben ja immer irgendeine Bibelstelle parat, die dann passt. Und oftmals sind es dann noch drohende Bibelstellen, dass man gleich in Angst und Schrecken verfällt. Ja. Und sich schon halb Meter in der Hölle sitzen sieht. Ja, Hölle gibt es ja nicht, aber... Nein, nein, aber der Verdammnis. Ja. Wie hast du darauf reagiert? Hast du erstmal geschwiegen oder hast du diskutiert mit denen? Ich habe erstmal Ja und Amen gesagt. Ja. Und ja, mach mir so meine Gedanken, weil das ist meine beste Freundin. Die doch drin ist? Die da auch drin ist, ja. Aber die ist erst deine beste Freundin geworden, seitdem du auch da drin bist. Vorher kanntest du ja sie gar nicht, oder? Nee, vorher kannte ich sie nicht. Ja. Und ich mache die auch nicht verlieren. Aber wenn ich jetzt das Studium aufgebe, Studium heißt das so... Also das Studium der Lehre. Der Wahrheit. Der Wahrheit. Ja, dann werde ich sie auch verlieren. Und das will ich nicht. Wie lange läuft das hier schon mit deiner Verliebtheit? Also verliebt bin ich schon ein bisschen länger und so zusammen sind wir seit ein paar Tagen. Ach so. Noch ganz frisch. Ist aber schon was gelaufen und letztendlich ist dein Herz da schon in Aufruhr und du hast diesen Mann sehr lieb. Ja. Also Kiki, ich will ja ganz offen sagen, ich bin nun wirklich kein Freund der Zeugen Jehovas. Und finde schlimm, was die mit Menschen veranstalten und was die mit Menschen machen. Ich habe hier genügend Anrufe schon gehabt von Leuten, die ausgetreten sind oder die mir da erzählt haben, was abgeht. Und wie man, ich sage jetzt auch mal bewusst, den provokativen Begriff, wie man dort Gehirne wäscht. Ich würde dir von meiner Seite aus nur dringend raten, ganz dringend raten, auf dein Herz zu hören und dich auf die Liebe einzulassen. Die kann nicht gegen Gottes Willen sein. Das ist so bescheuert, so bescheuert, dass einem wirklich die Spucke weg bleibt. Und wenn du diesen, den Halt in einer Glaubensgemeinschaft suchst, was ich gut verstehen kann, weil das schon, wenn man das Bedürfnis hat, ein sehr wichtiger Punkt im Leben sein kann. Such dir eine evangelische, eine katholische Gemeinde irgendwo und versuche da Freundschaften aufzubauen. Nun sagst du mir gerade, dass du diese Freundin nicht verlieren willst. Aber weißt du, was ist denn das für eine Freundin, wenn die dich fallen lässt, nur weil du ein Leben in Liebe leben willst? Du tust doch nichts Böses. Weißt du? Ja. Du tust doch nur wirklich nichts Böses. Wenn du sagen würdest, ja, ich will jetzt Heroin nehmen oder ich will einbrechen oder so. Aber du willst einen Mann lieben, einen Menschen lieben. Und du glaubst weiter an Gott. Ja, ja. Ja. So, und dann lässt die Freundin dich dann fallen. Dann ist es auch keine Freundin. Ich finde, sie ist dann keine Freundin. Ja. Aus welcher Gegend kommst du, magst du es mir sagen? So grob. Norddeutschland. Norddeutschland, ja. Ich würde gerne, dass du mit meiner Psychologin jetzt noch mal ein paar Worte redest. Ja. Einmal ein psychologisches Gespräch und vielleicht kann dir meine Psychologin auch noch ein paar, einfach ein paar Adressen von Gemeinden, katholischen Evangelischen in deiner Gegend sagen. Kannst du ja selbst entscheiden, wie du das machen möchtest. Ja. Lass dich nicht knechten. Lass dich nicht bestimmen von anderen Menschen. Mach das, was du für richtig hältst und was Gutes. Und wenn du liebst, dann ist es gut. Ja. Hm? Hm. So. Jetzt legst du auf und wir rufen dich gleich nochmal an. Okay? Okay. Alles Liebe. Tschüss. Tschüss. Ja, mit Julia. Das klappt wohl nicht. Ich sehe keine Julia. Wie schade. Dann haben wir hier den Jan. Und Jan ist 40 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Jan. Hallo. Es ist immer schön, dass ich durchgekommen bin. Ja, schön, dass du da bist. Ja, danke. Und was geht es denn bei dir? Angstzustände. Mhm. Und zwar in Bezug auf ein ganz bestimmtes Thema. Das ist HIV. Mhm. Ich habe da mal vor Jahren sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Inwiefern? Ich hatte eine Beziehung mit einem Mann. Also ich bin schwul. Mhm. Die dauerte knapp vier Jahre. Mhm. Der war HIV-positiv, hat es mir halt nicht gesagt. Die ganzen vier Jahre nicht gesagt? Ja, aber davon gehe ich aus, als er wusste es. Ich habe es erst nach Ende der Beziehung erfahren. Und ja, das hat damals bei mir ziemlich Angst ausgelöst. Das war in den 80ern. Du hast dich aber nicht innerhalb dieser Beziehung infiziert? Nein, Gott sei Dank. Weil mich halt bestimmte Praktiken, die ich nicht mache, halt... Ja. Nochmal gefragt. Und du gehst davon aus, dass er das die ganze Zeit wusste und es dir nicht gesagt hat? Ja, in dem Moment, wo das Thema kam, war die Antwort seinerseits auch so. Mhm. Und seitdem schleppe ich also immer so eine Panik mit mir rum. Dass du dich eventuell doch infizieren könntest? Genau. Ja. Lebst du erst... Es ist halt so weit, dass Sex sehr schwer ist. Also ich lasse mich da auf fast gar nichts mehr ein. Mhm. Und erstelle auch eben so diese Unehrlichkeit. Mhm. Ist natürlich auch hart, muss ich auch ehrlich zugeben. Wenn ich vier Jahre mit einem Typ zusammen bin und der HIV-positiv so mir das nicht sagt, ist das so eine unglaubliche Schweinerei, dass man es eigentlich gar nicht glauben kann. Ich habe auch zig Tests gemacht danach. Mhm. Selbst die habe ich noch angezweifelt. Das hat sich total festgehalten. Hat der sich denn mal irgendwann später dazu geäußert, warum er das nicht gemacht hat? Äh, nee. Hat er sich denn wenigstens entsprechend vorsichtig verhalten, dass er sagen kann, ich habe verantwortungsvoll gehandelt? In Bezug auf anderen? Ja, in Bezug auf dich. Äh, nee. Also er hat das Risiko voll in Kauf genommen, dass du eventuell hättest auch infiziert werden können? Das kann ich nicht, das kann ich im Nachhinein gar nicht so beurteilen. Also hatte der, ich lege das einfach voraus, weil er nichts gesagt hat. Ja, er hatte dir, hatte dir umgeschützten Geschlechtsverkehr? Nein. Also, also, ich sage das so in den 80ern, da kam das Thema gerade so, so richtig hoch. Ich sage ja, bestimmte Praktiken haben mich letztendlich beschützt, oder wo ich sage, das ist mein Glück gewesen, dass ich aus dem Vertrauen heraus, das eben trotzdem nicht gemacht habe. Also ihr hattet gar keinen Analverkehr? Richtig, zum Beispiel. Also, da war die Gefahr auch relativ gering, dass du dich hättest infizieren können? Richtig. Bei mir sitzt das Thema bloß so extrem tief drin, dass ich also teilweise, ich habe mich also reichlich informiert, wobei man sich infizieren kann und nicht, und um damit auch für mich selber wieder klar zu kommen, zumal ich einen ähnlichen Fall in den späteren Jahren danach nochmal erlebt habe, wo mich auch jemand angelogen hat. Ja, aber ich bin dann teilweise, dass ich mich nicht mehr drauf einlasse und mache auch eine Behandlung, also bin meinem Psychologen in Behandlung. Sag mal, wie lange liegt denn diese vierjährige Beziehung eigentlich zurück? Offensichtlich lange, du sprichst von den 80er Jahren. Ja, genau, Ende der 80er. Ende der 80er Jahre. Das heißt, seit über zehn Jahren, ja, viel länger als zehn Jahre, schleppst du mit dieser Angst, schleppst du diese Angst mit dir rum? Richtig. Und machst jetzt auch deshalb eine Therapie? Ja, hat lange gedauert, aber dann letztendlich musste ich es ja irgendwann machen. Wie lange läuft die schon? Die läuft jetzt anderthalb Jahre. Bringt es ein bisschen was? Nee. Nee, das ist ja ernüchternd. Das ist auch meine Frage, also ich such da irgendwie... Das ist ja ernüchternd, wenn man nach anderthalb Jahren sagt, bringt nichts. Bist du für einen falschen Therapeuten? Finde ich. Ja, wie den richtigen finden. Das ist die große Kunst, sage ich dir. Wie den richtigen Arzt finden, wie den richtigen Therapeuten finden. Was macht... Wie zeigt sich diese Angst denn noch? Du hast gerade gesagt, ich lasse mich kaum auf Sexualität mehr ein. Ich kann mal so ein Beispiel nennen, wenn ich jetzt jemanden kennenlernen, das ist gerade der Fall gewesen, hängt auch immer mit Misstrauen und so zusammen. Also wenn dann auch wieder rauskommt, dass dort gelogen wird, das war hier auch so, dann kam das geballte Thema, nämlich das im Hintergrund auch, also würde gesagt, derjenige wäre Solo zum Beispiel, ist ja gar nicht ein Partner im Hintergrund, der wieder HIV-positiv ist, wo das Thema bei mir gleich total ausgelöst wird. Und wo ich aber auch noch keine sexuelle Verbindung zu demjenigen hatte, sondern halt küssen, wie man das halt eben so macht. Aber selbst das ist bei mir dann schon das Ding, was dann diese Panik auslöst. Obwohl du rein rational weißt, dass da nichts passiert ist. Und du weißt auch, wie man sich schützen kann, gerade für AIDS schützen kann, was dich eigentlich ganz entspannt an alles herangehen lassen könnte, aber das geht halt nicht. Nee, die sitzt total tief. Weil es sich so eingefräst hat schon und ich vermute auch so verselbstständigt, wenn du so viele Jahre, über zehn Jahre das hast, ist das auch nicht mit so einer klugen, rationalen Überlegung wegzukriegen. Richtig. Wenn vor allen Dingen du schon jetzt über ein Jahr bei einem Therapeuten bist. Also mir wurde das so als Phobie schon unterstellt. Also auch so weit geht das. Also bei mir geht das so weit. Tagsüber geht das. Aber ich schlafe halt nachts nicht richtig. Also wenn ich zur Ruhe komme, dann fängt es halt an. Also eine ausgesprochen sehr ernstzunehmende Erkrankung mittlerweile, die ihren Anfang genommen hat mit dieser AIDS-Geschichte, mittlerweile aber dein ganzes Leben bestimmt. Kann man nicht fassen? Ja, dass man durch auch mal verselbstständigt hat in andere Bereiche. Aber dass es schon so weit wieder gekommen ist, dass es sich zurückgrationalisiert hat auf diese eine Sache. So, jetzt können wir dir natürlich hier keinen guten Therapeuten nennen. Klar. Das können wir leider nicht. Aber wir können dich, das heißt meine Psychologin, ich kenne das auch nicht, meine Psychologin kann dich beraten über verschiedene Therapieformen. Vielleicht ist dir da schon ein bisschen mitgedient. Das wäre nicht schlecht. Das wäre schon mal ein Anfang. Und sicher kann sie dir immer ein paar Tipps geben, wie man... Ja, aber so geht es nicht weiter, weil da geht auch Lebensqualität verloren. Ja, ja. Und wenn ich anderthalb Jahre rumdokte oder bei jemandem, dann heißt das für mich, das geht nicht. Weg da. Weg, so schnell wie möglich. Okay. Vielleicht kann meine Psychologin dir auch noch den einen oder anderen Tipp geben, wie man so klug recherchiert nach einem Psychologen, wie man es macht. Das wäre nicht schlecht. So, du legst auf, wir rufen zurück. Alles klar. Alles Gute. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Und Jessica. Jessica, Jessica. 19, hallo. Hallo. Hallo Jessica. Meine Liebe. Bei mir geht es darum, dass ich Angst habe, in die Schule zu gehen. Warum? Weil, also, ich bin eine Zeit lang nicht gegangen, weil ich Migräneanfälle hatte. Das war so meistens jede Woche, ein paar Tage. Und dann ist es halt immer schlimmer geworden, dass sie mit Schülern geredet haben über mich und gelästert haben. Weil du länger Zeit ausgefallen bist dann? Ja. Deshalb haben die schlecht geredet? Ja, weil sie halt, die haben mir das nicht geglaubt. Die haben gedacht, ich habe halt keinen Bock. Ach so. Ah ja. Die spielt uns was vor, die will nur blau machen. Ja. Und Migräne ist ja immer eh so eine Sache, wo viele sagen, oh, stell dich nicht so an. Und so weiter. Was für eine Schule gehst du? Wirtschaftsschule. Wirtschaftsschule. Die Lehrer haben das halt dann auch nicht geglaubt. Und dann habe ich einen Bericht vom Arzt, der hat mir einen Bericht geschrieben, wie das ist und dass das auch stimmt. Dann ging es mit den Lehrern eine Zeit lang, aber das wurde dann auch wieder schlimmer. Und dann immer, wenn ich halt in die Schule gehe, dann fangen die an zu lachen und sagen, ah, bist du auch wieder da? Und mittlerweile ist es so weit, dass ich richtige Angstzustände habe, am Morgen in der Nacht davor nicht schlafen kann. Ehrlich, sag mal, in deinem Alter gibt es das noch? Du bist 19 Jahre. Ich gehe mal davon aus, dass die anderen auch ungefähr so in deinem Alter alle sind. Ja. Sowas stelle ich mir eher bei Jüngeren vor. Bei erwachsenen, jungen Leuten gibt es so ein seltsames Verhalten, dass die dich da hänseln und solche Sprüche loslassen. Ich denke mal, die brauchen halt irgendjemanden, über den sie reden sollen und da bin ich halt gerade. Durch diese Ausfälle, ich habe es jetzt nicht so durchgerechnet, gerade ob das so sehr viel war, bist du denn überhaupt noch immer wieder so mitgekommen mit dem Stoff? Nee. Also, ich möchte es ja auch wiederholen. Also, es ging schon noch von den Noten, aber ich möchte es schon wiederholen, weil einen schlechten Abschluss möchte ich nicht haben. Aber das wäre doch dann vielleicht sogar die Chance, die Wiederholung. Das heißt, du kommst dann mit anderen, auf jeden Fall mit anderen Schülern zusammen? Mhm. Ja, mit den Lehrern wahrscheinlich so nicht, aber zumindest hast du andere an. Also, die Schüler sind ja auch das Hauptproblem, nicht die Lehrer. Ja. Da habe ich es verstanden. Wenn du das ja wiederholst, wäre es doch vielleicht ein ganz kluger Trick, dem aus dem Weg zu gehen. Ja, aber das Problem ist, dass ich jetzt noch bis Ende Juli hin muss und das ist, also ich war circa drei Wochen nicht mehr dort. Mhm. Einen Tag war ich mal dort, da bin ich, aber nach drei Stunden habe ich es nicht mehr ausgehalten. So schlimm ist es? Ja. Ich kann es mir gar nicht vorstellen. Gut, die sagen einmal mal den Spruch, ah, da kommt sie wieder. Oder irgendeinen anderen dummen Spruch. Aber so permanent, über einen längeren Zeitraum, beschimpfen die dich oder machen sich lustig über dich? Ja, die lassen, entweder lassen sie dumme Sprüche ab oder sie beachten mich gar nicht und das ist halt schlimm mit so vielen Leuten sechs Stunden zusammen sein müssen, die mir das ganze Zeit Gefühl geben, dass ich da nicht erwünscht bin. Das ist ja schlimm. Ja, ja. Ist das eigentlich wirklich ausgelöst durch diese Migräneerkrankung oder warst du vorher auch nicht gerade so die beliebteste? Davor, da war ich, also alle haben mich gemocht, mit mir geredet, das war erst seit da. Das ist ja heftig, ne? Wenn sich das Blatt so wendet. Ja. Also vorher nicht so ein Außenseiter-Typ gewesen. Nee, gar nicht. Sondern ganz normal alles. Ich weiß gar nicht, wie das so rechtlich ist, Jessica. Wenn du jetzt, nein, ich muss es anders sagen. Wenn du, gibt es bei den Lehrern eine vertraute Person? Und du sagst, der ist ein guter Typ. Ja, ein Lehrer. Ja. Mit dem würde ich das Problem beraten. Wenn du eh, wenn du eh vorhast, das Jahr zu wiederholen, deswegen sagte ich gerade, ich weiß nicht, wie das rechtlich ist. Vielleicht gibt es doch irgendeine Möglichkeit unter diesen gewissen Umständen um psychische Belastung und so weiter, dass man dir diese letzte Zeit erlässt und du dann neu startest mit dem neuen Schuljahr nach der Sommerpause. Ja. Das weiß ich nicht, aber es wäre eine Möglichkeit, zumindest mit dem Lehrer mal zu reden und der kann dann vielleicht mit dem Direktor reden und was weiß ich, wenn die merken, vielleicht wissen die ja gar nicht, unter welchen Leiden du da stehst. Also meine Mutter hat heute mit dem Lehrer ein Gespräch gehabt und er hat auch gesagt, er redet mal mit dem Rektor, aber ich weiß halt nicht, ich habe auch Angst, dass sie mich von der Schule schmeißen, deswegen, weil ich weiß halt schon drei Wochen nicht mehr. Weißt du, was ich auch ganz gut finde, du bist ja immer in 19 Jahren schon, wenn das nicht nur deine Mutter machen würde, sondern wenn du das selbst in die Hand nehmen würdest. Ja. Macht auch einen ganz guten Eindruck, glaube ich, wenn du denen das selbst persönlich, so wie du es mir auch gerade erzählt hast, dem das erzählst, vielleicht sogar auch dann mit dem Lehrer zusammen zu dem Direktor gehst und das einfach mal so erklärst, damit die einen Eindruck von dir haben. Weißt du, wenn da die Mutter schon vorgeschoben kommt, ist ja auch nicht so gut. Und du bist ja selbstbewusst, du hast es hier im Radio und im Fernsehen erzählt, da kannst du es da auch erzählen. Ja. Ja. Bisschen Angst? Ja, schon. Und vor allem, ich weiß nicht, ich habe immer Angst, dass sie mir das nicht glauben oder dass er halt, ich meine, man könnte ja sagen halt, da kannst du drüberstehen oder so und dass ich halt hin muss und also ich will ja, aber es geht halt nicht. Ja, aber wenn wir da einen einigermaßen sensiblen Pädagogen haben, der wird mit Sicherheit nicht einfach nur so das wegwischen und sagen, da muss man drüberstehen. Ja, er nicht, aber der Rektor halt. Na gut, aber du kannst ja erst mit ihm mal reden, dass du ihn auf jeden Fall richtig so auf deiner Seite hast. Mhm. Ja? Also so würde ich schon vorgehen. Meinst du denn, was ich gerade so sagte, meinst du denn, dass die Lehrer da so ein bisschen Wind von bekommen haben? Kriegen die das mit? Wie sehr du leidest? Der eine Lehrer glaube ich schon, ja. Die anderen gar nicht so? Nee, die lassen ja selber so Sprüche ab. Ist denn eigentlich irgendeiner in der Klasse übrig geblieben, der so auf deiner Seite ist? Oder haben die alle eine Kehrtwendung gemacht? Eine ist da, aber ich weiß halt, dass sie auch lästert, weil sie will halt nicht, auch nicht noch eine Außenseite werden, was ich auch ein bisschen verstehe. Aber wie wahnsinnig, Jessica. Nur weil jemand hin und wieder krank ist. Ja. Und wie gemein auch. Und man dem das, wenn du jetzt mit dem gebrochenen Bein ankehmst, da wäre großes Halligalli, da würde jeder eine Unterschrift aus Beinen auf den Gips machen und es wurde geredet und gemacht, dann wäre es gut, dann würden sie es glauben. Ja. Aber wenn du mit einer Krankheit im Kopf kommst, wo keiner reingucken kann, dann glauben sie es dir nicht. Das ist schon sehr gemein. Das ist schon sehr gemein. Aber ich möchte dich jetzt animieren, das ist eine harte Zeit. Da darfst du jetzt nicht umknicken. Wenn du jetzt umknickst, wird das alles noch viel schwieriger in deinem Leben. Da musst du jetzt hart sein. Hart heißt, du musst dich dem stellen. Deswegen ist der erste Schritt gut, wie ich es vorhin gesagt habe, geh du zu dem Lehrer und red mit dem Lehrer. Vielleicht sogar hinterher dann gemeinsam mit dem Lehrer und dem Direktor. Je mehr du dich jetzt in der Angst hingibst, desto mehr Macht wird die Angst über dich gewinnen. Und das darf nicht passieren. Du musst jetzt gegen die Angst gehen. Ja. So, dann hoffe ich, dass das funktioniert und dass du schnell mit dem Lehrer sprichst, Jessica. Dankeschön. Alles Liebe, alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss. So Freunde, das war es für heute Nacht in der Technik. Owe Petersen. Morgen zur gewohnten Zeit, ein Uhr Radio, eins live, ein Uhr WDR Fernsehen. Wieder mit einer freien Themennacht und jetzt wünsche ich euch erst mal eine gute Nacht und eine schöne Nacht und bin gespannt auf morgen. Bis dahin. Tschüss. Es ist zwei Uhr vorm Rundfunk Berlin-Brandenburg hören Sie Nachrichten. SPD-Chef Münte-Fehring hat sich gegen staatlich geförderte Niedriglohnsektoren ausgesprochen. Am Rande einer Sitzung des SPD-Gewerkschaftsrates wies er am Abend in Berlin Gerüchte zurück, er habe sich für die Einführung solcher Sektoren ausgesprochen. Der ebenfalls bei der Sitzung anwesende EU-Erweiterungskommissar Verheugen sagte, aus europäischer Sicht verbiete es sich in einen Niedriglohnwettbewerb einzutreten. Es sei abenteuerlich zu glauben, dass ein solcher Wettbewerb mit anderen Ländern zu gewinnen sei. DGB-Chef Sommer warnte zugleich vor einem europäischen Dumping-Wettlauf bei den Steuern. Er erwarte, dass Bundesregierung und Europäische Kommission tätig werden, um vergleichbare Steuersätze zu schaffen, sagte Sommer. Die sechs führenden Wirtschaftsforschungsinstitute legen heute ihr für die Einführung. Wenn man die Kabel nicht mehr verändern kann, dass sich ein Kabel anwesende Dinger, dass sich die Kabel in den Weg und den Weg in den Weg in den Weg Untertitelung des ZDF, 2020